Hi, ihr seid bei Angie, ihr seid bei Kauskanz und heute gibt es wieder Augentraining. Ich war im Bastelladen und habe da mal was vorbereitet und das ist ein Augentrainer. Ich habe hier eine ganz normale Strippe und da sind zehn Kugeln drauf und die werde ich jetzt fokussieren. Und das ist auch die Übung, wir werden jetzt Kugeln fokussieren. Und so, wie siehst du, wir haben ja unterschiedliche Farben und jetzt gehe einfach mal auf die Mitte. Da ist so eine kleine Graue, guck da rauf und guck, wo ist die nächste Graue und jetzt nur mit den Augen springen. Von der kleinen Grauen in der Mitte auf die Außengraue außen und wieder zurück. Nur die Graue, hin und her, Augensprung sozusagen. So, jetzt nehmen wir die andere Kugel, ich habe jetzt hier diese grüne und zwar gucke ich von der Mitte aus, grün und jetzt gehe ich nach außen, kleine grüne. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, ja. Und nochmal, kleine grüne in der Mitte und kleine grüne außen. Und immer hin und her mit den Augen, nicht mit dem Kopf. Jetzt wird es ein bisschen einfacher, jetzt haben wir eine große Kugel und wir nehmen die pinkfarbene. Pinkfarbene Kugel angucken und dann springen. Von einer Kugel auf die anderen, hin und her. So, wenn du willst, kannst du alle Kugeln durchmachen, ja. Ich gehe jetzt nochmal auf die kleine blaue. Nur die Augen springen. Und dann haben wir vielleicht nochmal die hellblaue, große. Dann die Augen kurz zumachen. Und Augen wieder auf. Und diese Übung kannst du einmal am Tag machen und es trainiert auch deine Sehkraft. Also, die Übung heißt Augensprung. Warte, bis das nächste kommt.